Meine Frage wäre, ist es möglich, eine Selbstausstellung, so wie eine Autohypnose oder eine Autoanalyse, und wenn es möglich ist... Warte mal, das war jetzt die Frage, ob man das machen kann. Also, wenn ich eine wichtige Frage habe, für mich selbst. Soll ich oder soll ich nicht? Dann mache ich eine Aufstellung. Eine ganz einfache, ja. Ich nehme also zwei Blatt Papier. Und das eine steht für die eine Frage, ja. Das andere heißt, nein. Und dann habe ich auch ein Blatt für mich, ja. Und dann stelle ich mich da drauf, ja. Gesammelt, ja. In a collected way. Und dann bekomme ich sofort eine Antwort. Und ich ziehe mich zu dem einen hin. Und von dem anderen weg, ja. Und away from the other. Man darf das aber nur bei wichtigen Fragen machen, ne. But one may only do this when it is an important question. Sonst wird es zu einem Spiel, ne. Otherwise it becomes a game. Also das kann man machen, ne. So that's one option. Aber eine Familienaufstellung in dem Sinn. But an actual family constellation per se. Das würde ich nicht machen. I would not do that. Deine Frage beantworte? Does that answer your question? Yeah. Okay, good. Thank you. Thank you.